So, hallo wieder mal an alle die im Zocker und Zockerinnen. Wir sind hier zu einem neuen Steinkreis von Assassin's Creed Origins. Es ist der Tavire-Steinkreis. Er befindet sich im Fayoum. Ihr seht hier direkt wieder am Wasser. Ja, ich zeige das mal von oben. Hier ist eben das Fayoum. Ihr wisst mit dem großen Gewässer hier in der Mitte. Ähm, und hier direkt an der Küste, hier ist so eine kleine Wasserzunge. Am Ende ist ein, äh, Flusspferdversteck. Das Tier habe ich auch schon getötet. Wurde auch gelb angezeigt. Deswegen habe ich das auch gleich gemacht. Ähm, wo wurde es jetzt wirklich gelb angezeigt, weiß ich gar nicht. Egal. Auf jeden Fall, der Steinkreis ist hier im Fayoum. Das große Gewässer. Ihr wisst, hier oben ist Siva. Hier unten ist das Fayoum. Und ja, hier direkt an den Bergen, am Anfang der Berge sozusagen, unter dem Weg, ist der Steinkreis. Ähm, ja. Für alle, die den Fundort nur wissen wollten, viel Spaß beim Lösen. Und wir werden uns jetzt daran machen, ihn zusammen zu lösen. Wer möchte, ich werde mal hier von meinem schönen Ross runtersteigen. Davon werde ich auch noch ein Video machen, wie ich dieses bekommen habe, falls ihr wollt. Ähm, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ähm, aber ich glaube, ich werde sowieso ein Video machen. Ähm, ja. So, dann machen wir mal den Tavire-Steinkreis. Mal sehen, beim letzten Steinkreis habe ich mich ja ein bisschen blöd angestellt, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich ja gesucht und gesucht und nicht gefunden. Mal sehen, ob ich jetzt ein bisschen schneller bin. Ähm, eigentlich ist es ja, ja. Fünf hintereinander angeordnete Sterne dürfte jetzt nicht allzu schwer sein zu finden, hoffe ich. Hoffentlich schenkst du deiner Mutter und mir viele Enkelkinder. Dann muss ich mir wo eine Frau suchen. Du bist jung, mein Sohn. Es gibt keinen Grund zur Eile. Da ist nix, oder? Es sieht so versteckt aus. Aber was ist, wenn ich es schon weiß? Du musst erst lernen, ein Magi zu sein. Oh, Taviret. Das Nilpferd, das auf zwei Beinen läuft. Die Herren des Geburtshauses. Sie ist die Göttin der Fruchtbarkeit und der Geburt. Als Geliebte des Horizonts. Haben wir es, hier haben wir es, oder? Die alljährliche Flut des Arr. Haben wir es? Haben wir es? Ne, das ist es nicht. Es sind zwar auch fünf Sterne, aber es sind nicht die, die wir suchen. Oder? Ne. Ich probiere nochmal. Nicht, dass ich jetzt gerade völlig bescheuert bin. Ich drehe mal ein wenig. Aber ne. Passt überhaupt nicht. Ne. Hier haben wir wieder den Skorpion. Hier haben wir den Steinbock. Besser gesagt den Zinkfisch. So. Ne. Also ich stelle mich gerade wieder blöd an. Hier ist Anubis. So. Hier ist so eine Göttin. Ich weiß jetzt nicht welche. Hier ist der Stier. Zwillinge. Ist es doch das? Nein, oder? Ich habe mich da nicht hier zu blöd angestellt. Das geht doch nicht. Passt ja gar nicht. Ist ja viel zu breit. Das würde ja gar nicht passen. Ne. Kann ich drehen, wie ich will. Das passt nicht. So. Okay. Dann gehen wir mal weiter auf die Suche. Also jetzt stelle ich mich wirklich. Was ist hier? Hier haben wir es. Hier haben wir es. Versteckt. Versteckt. Okay. Hier ist der Feige. Da ist der Zinkfisch. Das sagt der Steinbock. Da unten sind die Fische. Was ist das? Osiris oder so? Ich bin mir nicht sicher. Aber ihr seht so ein Gott. Und über dem Gott. Hier versteckt in dieser Wolke. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Haben wir es. Ja. Ihr müsst auch darauf achten. Was mir jetzt aufgefallen ist. Wenn man in der Nähe ist. Kommt immer so ein Windgeräusch. Das wird dann immer ein bisschen doller. Wie bei einem Zugwind. Und ja. Und wie gesagt. Auf die Game Fragezeichen achten. Die zeigen eigentlich immer Grabmäler. Oder eben. Und ein Steinkreis an. So habe ich jetzt wirklich sehr schnell sehr viele gefunden. Wie gesagt. Das war jetzt der Tavere-Steinkreis. Der Steinkreis des Nilpferdes. Nun kann ich alle Teile nach Siva bringen. Und jetzt werde ich. Oh. Ich habe jetzt alle. Sehr geil. Hab gar. Das ist sehr gut. Sternengucker. Habe ich jetzt als Trophäe bekommen. Ähm. Wie gesagt. Hier ist nochmal der Fundort. Im Fayum. Hier ist das Fayum. Hier ist Siva. Schräg rechts nach unten. Und hier wie gesagt. Direkt an der Küste. Ähm. Ja. Ich wünsche euch. Ja. Weiß. Waren jetzt ein paar Steinkreise. Also. Ich bin stolz. Dass ich jetzt wirklich hier alle gefunden habe. Aber ähm. Wie gesagt. Das war wirklich nur. Weil ich das erkannt habe. Dass das immer gelbe Fragezeichen sind. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Ihr müsst mal darauf achten. Zum Beispiel. Falls ihr hier unten noch nicht wart. Und hier diese Grabmäler. Die wurden bei mir auch als gelbe Fragezeichen angezeigt. Da bin ich mir ganz sicher. Immer aktiviere den antiken Mechanismus. Ist immer eine ziemlich strange Sequenz. Ich weiß gar nicht was da ist. Wenn man da alle zusammen hat. Und dann gibt es noch diese Tafi. Die man sammeln muss. Ähm. Wie gesagt. Die werden gelb angezeigt. Und für die Tafi. Und kriegt ihr auch einen Fähigkeitspunkt. Und von da aus rate ich sie ruhig zu machen. Ähm. Ja. Der Standort ist jetzt wie gesagt vom letzten. Was ich jetzt gefunden habe für mich. Hier im Fajum. Der Tavire-Steinkreis. Der Steinkreis des Nilpferds. Ähm. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Und tschau tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.